De Fischkopf, Petros skurriles Kompliment an Ex-Sara Dieses Ex-Paar versteht sich mittlerweile richtig gut. Als sich Petro, 25, und Sarah Lombardi, 25, im Oktober 2016 aufgrund ihres Betrugs trennten, sah es zunächst so aus, als könnte das Liebeshaus im Rosenkrieg enden. Doch inzwischen herrscht Harmonie bei den jungen Eltern von Alessio, 2. Da wird Weihnachten und Ostern zusammen gefeiert und auch kleine Botschaften werden in den sozialen Netzwerken ausgetauscht. So machte Pisanex jetzt ein ganz besonders skurriles Kompliment. Auf Instagram teilte Sarah vor wenigen Tagen einen Clip, in dem sie für ihre Fans eine gefühlvolle deutsche Ballade zum Besten gab. Von ihren Followern wurde die Sängerin dafür mit Komplimenten überhäuft. Auch von noch Ehemann Petro gab es bewundernde Worte gepaart mit einem äußerst bizaren Kompliment. Respekt, du Fischkopf. Krass gesungen, schrieb der DSDS-Sieger von 2011. Fischkopf? Das klingt zwar wenig schmeichelhaft, ist von dem Musiker aber sicher freundschaftlich gemeint. Immerhin pflegen er und Sarah momentan ein richtig herzliches Verhältnis zueinander und kümmern sich liebevoll gemeinsam um ihren zweijährigen Sohn. Sogar den Nachnamen Lombardy soll die 25-Jährige laut Petro nach der Scheidung behalten. Sogar den Nachnamen Lombardy soll die 24-Jährige laut고ons-Gerisch-Sieger von 2021. hate 8me. non we W Bis zum nächsten Mal.